Leute, 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 kennt ihr diesen Moment, wenn man den ganzen Angeltag nur mit einem einzigen Köder wirft und dann trotzdem eine Menge an Fische fängt, aber am nächsten Tag fängt man mit dem gleiche Köder nicht dieselben Fische oder gar keine Fische? Leute, ich bin derjenige, der häufig einfach nur einen einzigen Köder wirft, vielleicht mal eine klitzekleine Veränderung in der Tiefe oder im Trailer macht oder sonst irgendwas, aber im Grunde fange ich meistens alles nur mit einem einzigen Köder, der gute Old Shatter Dent. Und jetzt in den letzten Tagen sehr variiert, weil ich mein Portfolio an Angeltechniken sehr erweitert habe und ich bin ein bisschen weg von der ganzen Sache, aber häufig ist es so, dass ich dann noch erstmal mit diesem Köder anfange, der mir vertraut ist. Jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu einem neuen Format, wie hier oben steht, die One Lore Challenge und es gibt einen dicken Trailer und das Ganze ist von der Raubfisch. Die haben letztens auch erst ein Video gedreht auf dem See, wo ich mit dem Kajak war und die haben da fantastisch gefangen. Ja, aber gut, sie hat noch ein Echolot dabei, dies, das und sowas alles und diese Challenge, dieser Trailer könnte, also mir hat es, ich habe den eben gerade schon einmal gesehen, mir hat das ultra viel Spaß gemacht und ich will euch das nicht vorenhalten, weil das könnte euch auch eine Menge Spaß machen, dieser Trailer, diese Challenge. Und ich bin gespannt, wie viele Folgen es davon gibt, weil es, wir gucken einfach mal rein in den Trailer und dann, dann schauen wir mal weiter, Leute. Ich werde auch immer zwischendurch mal stoppen, weil ich nicht genau weiß, wie strikefähig die Musik da drunter ist. Was ist das übrigens Geiles hier, Alter? Wie so ein Wasserstraßenkreuz, ey. Allein schon die Besetzung dieses Formats. Wir werden Namen sehen, die wir in jeglichen großen Formaten wirklich auch sehen, ey. Gregor, Junge. Auf Gregor freue ich mich auch schon richtig, ey. Ja, ist sehr, sehr nice. Da, Patschowski, auch am Start. Birger ist am Start. Vielleicht waren das die vier. Ventura, Gregor, ähm, Birger, Patschowski, C.E.I.S. Fünf, die fünf. Vielleicht waren das die fünf. Na, ich finde es immer noch sick. In Verbindung mit dem Titel, die One Lord Challenge, mhm, feier ich. Oh. Bidli. Jo. Kesha. Sehr geil. Jo, haben wir ihn. Hallo, liebe Leserinnen und Leser. Und hier, Leute, Harz Fishing, dem ist schon, der sein, sag ich mal, großes YouTube-Debüt beim YPC Bank gefeiert hat. Jetzt auch bei der Raubfisch. Ich glaube, er hat sogar auch schon für Raubfisch entweder auch schon was gedreht oder sehr wahrscheinlich, also, für die Zeitung hat er auf jeden Fall schon was veröffentlicht. Das glaube ich sehr. Glaube ich. Und hier ist es auf jeden Fall so, dass er die ganze Show auf jeden Fall moderiert. Ich finde ihn auch interessant, dass er hier die Sportex-Jacke trägt. Entweder das ist privat oder nicht, weil es war ja erst in Planung, dass er beim YPC Bank für Sportex anträgt. Aber jetzt ist er ja für Savage Gear unterwegs. Mein Name ist Max Guder und ich habe heute die Ehre Genau, Max Guder, ja. ...euch für drei Tage bei der One Lure Challenge zu begleiten und diese zu moderieren. Ist das ein Zander oder ein Barsch? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt Fisch. Drei Tage, ne? Alter, guter Fisch. Schön. Jo, Fisch. Oh Mann, oh Mann. Ist das ein Wahnsinn. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, wirklich, Leute. Da freue ich mich mega drauf. Da freue ich mich. Das finde ich mega spannend. Eigentlich, wenn man wirklich nur... Wir kennen die Regeln noch nicht, ne? Aber wenn ich die One Lure Challenge sehe, vielleicht darf man pro Tag nur einen Köder benutzen. Vielleicht darf man das switchen. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Firmen eingehen, jetzt seid ihr mal gefragt, ne? Dann haben wir zum Beispiel... Ich gehe mal hier... Wir gehen nochmal die einzelnen Leute durch. Die Ventura LMA B. Welchen Köder würdet ihr von LMA B fischen, wenn ihr nur einen Köder von LMA B fischen dürftet? Ich müsste mich, glaube ich, entscheiden zwischen Jiggen und Galaxy Chat. Sehr wahrscheinlich. Oder eine Chromedition. Boah, das geht schon. Multi-Vibe weiß ich nicht. Vielleicht den neuen Crank. Ich glaube, ich würde mich hier bei LMA B fürs Jiggen und den Galaxy Chat entscheiden. Weil ich die Farbe einfach super feiere und die würde ich dann, glaube ich, ins Portfolio nehmen. Weil den kannst du leiern, den kannst du jiggen. Damit geht eigentlich alles. Also das wäre mein Köder bei LMA B auf jeden Fall. Dann müsste als nächstes Hybrida kommen. Gregor. Ganz eindeutig Crank for Tank. Ich würde Crank for Tank hier den Crank fischen und das in verschiedenen Tiefenvariationen. Mein absoluter Lieblingsköder auf jeden Fall von Hybrida. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ist auch immer in meiner Box drin. Feiere ich sehr. Feiere ich sehr. Will ich nicht mehr ohne. Will ich nicht mehr ohne. Ähm. Genau. Gucken wir mal weiter. Für wen fischt Seereis hier? Das weiß ich nicht. Ich finde Mobi Softbait wahrscheinlich nicht. Kann ich nicht sagen. Oberbayern haben aber nichts was gesehen bisher. Na. Elex wäre für mich ganz klar der Chatterbait von Elex. Der Crazy Crusher eindeutig. Wenn ich da was fischen müsste. Elex Crazy Crusher. Und Birga Fisch und Fang würde ich wahrscheinlich den Barsch Baron nehmen. Würde ich den Barsch Baron nehmen. Den kannst du Jiggen. Den kannst du Leiern. Da hast du verschiedene Gewichtsklassen. Ich denke da würde ich den Barsch Baron nehmen. Ne. wissen wir nur bei Ziereis nicht. Ich weiß ja nicht für wen Ziereis antritt. Vielleicht Fisch Ziereis auch für die Schweizer Firma. Wie heißt nochmal? Bullseye. Und die haben ja auch so ein paar Köder. Ich kann es nicht sagen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen Leute. Schreibt ihr aber mal in die Kommentare auch mit so einer Auflistung für welchen Köder ihr euch entscheidet würden bei den einzelnen Firmen. Finde ich sehr sehr spannend. Und dann können wir wenn wir eine Reaction auf das Format starten ja tatsächlich gucken für was sich die Leute entschieden haben und für welchen Köder sich die Profis entschieden haben. Wenn das wirklich so eine One Lord Challenge ist. Ich finde den Trailer sehr gelungen. Ich freue mich aufs Format. Den Link packe ich euch unten in die Infobox natürlich rein. Könnt ihr das Ganze auschecken. Und im Oktober geht es rund Leute. Die One Lord Challenge von Raubfisch in dem Sinne Kuss geht raus. Falls ihr Wasser seid, ihr gespielt ist alle wichtig. Bleibt gesund. Euer IC. Macht's gut. Ciao. Ciao.